Das Testessen beginnt für Stefan mit Bresaola auf Rucola mit Parmesan. Den Prosciutto di San Daniela hat Walter bestellt. Sepp probiert den bunten Mix Antipasto Misto della Casa. Und Helmut hat sich den sizilianischen Tomatensalat gewünscht. So, meine lieben Jungs, ich wünsche einen Bon Appetito. Lasst es euch schmecken, haut es rein und genießt es. Vielen Dank, Mann. Bis später. Danke. Die vier Profi-Gastronomen bewerten kritisch, was die Rivalin zu bieten hat. Und, bist du nervös? Natürlich bin ich ein bisschen nervös. Ich habe schon ein bisschen Aufregung, aber ich habe tolle Mitstreiter. Die machen mir das leichter. Mal sehen, ob die tollen Mitstreiter auch so toll urteilen. Wir starten mit Helmut. Bei meinem sizilianischen Tomatensalat ist im wahrsten Sinne des Wortes die Sonne erschienen. Es war eine runde Sache. Es hat alles perfekt miteinander harmoniert. Und begeistert hat mich eben auch das Pesto. Das Pesto ist auch mit dem gleichen Basilikum gemacht, den ich hier als Ganzes habe. Und auf die Schnelle, à la minute hergestellt. Tolle Sache. Wirklich. Ich kann nichts aussitzen. Würde ich mir wieder bestellen. Bravissimo. Ein großes Lob vom Mitbewerber. Ist Walter auch so hin und weg? Ich habe mich für den Prosciutto San Daniele entschieden. Als erstes war ich sehr überrascht über die Anrichteweise. Ich hätte es ein bisschen rustikaler erwartet, wie es etwas sehr elegant macht. Zum Schinken San Daniele ist ein Schinken aus Italien, der gegenüber seinem bekannteren Bruder den Parmaschinken milder ist im Geschmack. Das sind wirklich Qualitätsprodukte, die auch bestimmte Normen einzuhalten haben. Und von daher ist es ein Produkt, mit dem man sicher nichts verkehrt macht. Geschmacklich passt alles. Also ich bin sehr zufrieden. Jenny kann die erste Manöverkritik gar nicht mehr abwarten. Schöne, tolle, angerichtete und auch üppig bestückte Teller. Das kann man mal vorweg sagen. Ich habe mir die Bressaola bestellt mit dem Rucola. Du hast Essig und Öl gebracht und dann habe ich erstmal den Rucola probiert, weil ich gedacht habe, ist die angemacht oder ist die nicht angemacht, wenn du das bringst. Oder ist es nur unterstützend, falls man das noch ein bisschen verstärken möchte. Ich habe gemerkt, dass er sehr, sehr gut oder fast ein bisschen intensiv angemacht ist. Was beim Rucola alleine, wenn man ihn alleine probiert, nicht stört. Ich finde in Kombination mit dem Parmesan, der ja auch ein bisschen salzig ist und mit der Bressaola, die Salz mitbringt, wird es ein bisschen viel. Der Rucola war schön würzig, also er war wirklich ein bisschen pikannter, ein bisschen spezieller Rucola. Aber es war eben das Ganze dann vom Mundgefühl oder von der Abstimmung her ein bisschen zu intensiv. Und es macht halt dann nicht so viel Spaß beim Essen, aber es war nicht so, dass man es nicht essen konnte, das muss ich auch sagen. Wie verdaut die junge Gastgeberin das gesalzene Feedback? Ich gebe dir vollkommen recht, das ist die Säure. Das ist nur Kleinigkeit, warum ich bemerke. Danke, trotzdem. Ja, vielleicht war auch ein bisschen Nervosität von meinem Vater mit dabei. Kann passieren, ist passiert. Ja, muss man jetzt damit leben. Jenny, von meiner Seite, also muss ich sagen, hervorragender Antipasti-Teller. Der Thun oder Schwertfisch, wenn er alles frisch macht, lass den weg, der muss nicht drauf. Ist zwar gut gemeint, aber jetzt nicht mit einer Dose, die schöne, frische, weißt du, eigentlich verfälschen. Und ihr habt so super Produkte drauf, mit den Zwiebeln, mit den Oliven, mit den selber gratinierten Auberginen, mit dem Sandaneli-Schinken und frische Melone. Die Kritik vom erfahrenen Chefkoch Sepp klingt berechtigt. Dass der Thunfisch aus der Dose nicht so, die passt, die passt, sehe ich jetzt nicht so berechtigt, denn es ist eine sehr, sehr gute Qualität. Ist klar, dass wir jetzt keinen frischen Thunfisch nicht drauflegen, haben wir ja gar nicht die Option, das so zu machen. Es gibt Gäste, die mögen den Thunfisch drauf, die wollen das und es gibt auch wieder Gäste, die sagen, nee, brauche ich gar nicht. Wir machen es immer mit drauf, damit wir auch eine Vielfalt von unseren Produkten anbieten können. Und diese Vielfalt wartet schon auf Sepp. Hey, Sepp, hallo. Boah, in der kleinen Küche macht ihr das Wahnsinn. Ja, herzlich willkommen bei uns. Das kann ich ja gar nicht als Küche sehen. Ciao. Dann machen wir das. Für den Showkoch eine echt kleine Bühne. Probier mal. Ich probier das mal. Mach es in Du einmal. Schauen wir mal, ob wir das machen. Kommt Tomate drauf? Tomate kommt drauf, Gerds? Und Guckei. Also ein Löffel. Ja, und Guckei und Gendu. Ich verstehe, ein bisschen. Genau. Während Sepp in der Brustketter-Schule schwitzt, studieren seine Kollegen fleißig Weingwissenschaften. So, bitte eintreten. Und zwar möchte ich heute einen kleinen Weinkurs mit euch machen. Ganz speziell für dich. Oh, oh. So, Grunderneuerung, Auffrischung der Weinkenntnisse. Aha. Dazu würde ich gern mit einem kleinen Weißwein anfangen. Einen schönen Lugana. Ach so. So der Modewein zurzeit. Stebseite wäre der Trebiano. Schön fruchtig. Vom Gardasee. Jung-Sommelier Ramona hat mit Stefan einen Weinprofi im Publikum. Jetzt bloß nicht das in Korken verkorksen. Ja, Korken gehört zum Wein, definitiv. Naturkork ist Tradition. Plastikkork ist verpünscht. Verschluss ist gesagt. Plastikkork ist einfach nicht sexy. Das ist einfach so. Da will ich gar nicht mehr drüber sagen. Ja, dann sag was zum Wein. Am Anfang habe ich was sehr mineralisches in der Nase gehabt. Das verliert sich aber jetzt, finde ich, ein bisschen. Jetzt kommt eher ein bisschen was Intensiveres, Fruchtigeres durch. Ist angenehm. In der Küche brilliert Sepp mit seinen Backkünsten. Also die Birne macht ihr jetzt an. Der Sepp schwimmt drauf. Sepp ist ein Naturtalent. Also kannst du vielleicht bei uns auch anfangen, Sepp. Okay, für alles offen. Für alles offen. Ja, der Mann hat schon mal den weltgrößten Zwiebelkuchen gebacken. Was soll da schon schief gehen? Jetzt wird schön der Gorgonzola auseinandergerissen und wird auf das Dinkelpanel verstreut. Grazie. Kommen da noch irgendwelche Gewürze oder Organe oder sowas? Nein, das passt. Und das wird jetzt in unseren Grill geschoben. Und wie war das, drei Stationen, Auge, Nase, Mund? Ja, zuerst schaust du dein Wein an, ob es klar ist, welche Farbe das hat. Leichte Grüntöne, Reflexe. Genau, dann kommt die Nase, riechst du mal, was du so darunter vorstellen kannst. Apfelbirne. Perfekt, und dann? Mund. Genau. Ich vermute, weil ich ja den Beruf des Kochs erlernt habe, dass das ein Mittagrund ist, warum er bei einer breiten Masse ankommt. Vermute ich mal. Weil er sehr fruchtig ist. Also er ist weder aufgetragen, ist einfach fruchtig. Brotig geht's am Ofen weiter zum Belag. Da kommt jetzt hier einer der Speck drauf. So, also wir haben jetzt ja hier Birne, Gorgonzola und unseren wunderbaren Tiroler Speck obendrauf. Jetzt teilen wir es noch in mundgerechte Stücke. Dann machen wir noch ein bisschen was von unserem wunderbaren Basilikum mit drauf. Und dann geht's auch schon am Stefan. Deswegen muss ich dich jetzt rausbitten, nicht, dass das Sonne ist. Fuere de Gucina. Genau. Ciao. Ciao, avanti, avanti. Avanti, duellanti. Im Weinweiße ist es Zeit für weitere italienische Leckereien. So, ihr Lieben, unsere Hauptgerichte sind da. Stefan, für dich haben wir eine kleine Überraschung von dir. Ja, das habe ich auf meine Kappe übernommen, Stefan. Okay. Ich war in der Küche schnell, während du nicht da warst und habe dir eine Dinkelpane zubereitet. Genau. Ja. Stefan wollte Bruscetta, bekommt aber jetzt Sepps Dinkelpane mit Gorgonzola, Birne und Speck. Walters Fladenbrot Batuta ist gefüllt mit Schinken, Rucola und Parmesan. Sepp hat eine Bruscetta mit Gemüse, Mozzarella und Champignons. Und Angela Helmut hat die pikante Bruscetta mit Scampi und Pfifferlingen gewählt. Wir sind gespannt, wie es schmeckt. Als Hauptgang habe ich mir ja die Bruscetta 2 bestellt. Das war eine Bruscetta mit Birne, Gorgonzola und Südtiroler Speck. Ich habe die dann etwas umgewandelt von meinem Kollegen hier zu meiner Rechten mit Dinkelpane bekommen. Also mit diesem knusprigen, dünnen Teig als Unterlage sozusagen. Fand das aber gar nicht mal so schlecht, muss ich dir ehrlich sagen. War keine schlechte Idee. Echte Feinschmecker sind eben immer für eine geschmackliche Überraschung zu haben, solange sie gelungen ist. Birne, schön saftig. Super vom Geschmack. Ein bisschen Säure, ein bisschen Süße. Der Südtiroler Speck, ganz dünn und fein geschnitten. Der ist ganz leicht mit Fett durchzogen. Natürlich gibt es auch ein bisschen was an das Ganze ab. Schmeckt super. Es ist ordentlich Gorgonzola drauf. Und das finde ich aber sehr positiv. Weil ich habe eher immer ein Problem, wenn ich was mit Gorgonzola bestelle, dann möchte ich auch Gorgonzola schmecken. Da ist jetzt keine große Hexerei dabei. Das muss man auch mal kurz erwähnen. Also das ist durchaus einfach, wenn man die Produkte, die man drauf macht, einfach die Qualität der Produkte beachtet, die man drauf gibt. Und die waren gut und es war knusprig. Insofern, ich war zufrieden. Ich habe das bekommen, was ich wollte. Wilt das auch für den Wein? Mit dem salzig-süßlichen und dann haben wir die kräftige Aromatik von dem Ripasso, bin ich sehr, sehr zufrieden. Der Ripasso schmeckt mir auch ausgezeichnet. Meine Bruschetta war eine Scheibe Brot mit Paprika drauf, Champignon drauf, dann waren Artischocken drauf. Ein Gesamteindruck war gut, hat geschmeckt, aber für diese Scheibe Brot mit ein bisschen Gemüse waren, glaube ich, 8,20 Euro. Und dafür, das fand ich zu teuer. Sepp guckt aufs Geld und Walter achtet zuerst auf die Optik. Ich habe mir Patuta ausgesucht, also Fladenbrot mit Käse, mit Parmaschinken, Rucola. Wenn man die Anrichteweise sieht von dem Gericht, ist es durchaus vergleichbar mit einer Galzone. Das Fladenbrot ist sehr spröde und trocken. Eine trockene Speise macht Durst und fördert den Getränkeumsatz. Gut für den Wirt. Gar nicht so übel, die Idee, oder? Tolle Idee. Der Wein ist hier quasi das Spülmittel. Ich habe aufpassen müssen, beim Reinschneiden, dass da nicht Stücke zum Nachbarn springen. Das erste Drittel war nicht richtig gefüllt, also das muss man fast weglassen. Bei der Füllung fehlt mir die Bindung von der Füllung. Der Käse ist nicht geschmolzen. Das hätte man mit ein bisschen mehr Wärme regulieren können. Über mangelnde Wärme kann sich Helmut nun wirklich nicht beklagen. Ganz im Gegenteil, der Mann glüht innerlich. Es steht zwar in Klammern pikant, aber es ist schon kriminell pikant. Man müsste das wirklich in der Speisekarte, wenn man eine ganze Chilischotte drauf gibt, mitkernen. Müsste man das kennzeichnen. Es ist jetzt so extrem scharf, dass man von den anderen Komponenten eigentlich dann nichts mehr schmeckt. Feuer und Bühne frei für die gepfefferte Konfrontation mit der kämpferischen Gastgeberin. Seid ihr fertig? Ja, ich bin fertig. Erzählt's, wie hat's euch geschmeckt? Jenny, meins war mir leider ein bisserl zu trocken. Also entweder, dass man noch ein bisserl eine Sauerkrämme, Sauerkrämie und Soße in die Richtung drüber gibt. Oder Olivenöl, die einfachste Variante, dass das Ganze ein bisserl saftiger noch macht, weil das Brot ist wirklich sehr, sehr groß. Dass es trockener wird, muss ja eigentlich schon klar sein, wenn man es liest, weil es ist ja keine Tomatensuchungen drauf. Das ist eigentlich in Italien so eine Crostino-Art, die man einfach mit dazu ist zum Wein. Deswegen gibt's auch bei uns das Baduta. Achtung, jetzt Helmut. Bei mir, du weißt, ich mag gern Fisch. Und mir ist die Preis-Leistung in dem Fall, stimmt's jetzt nicht ganz, es steht auf der Karte Scampi, das Plural. Scampo wäre einer, das war maximal einer für 9,20 Euro. Und es war auch eine Riesengarnele und kein Scampo. Ein Scampo ist ein Hummer-artiges Tier, gehört zur Familie der Hummer, schmeckt wesentlich anders, ist milder, ist weicheres Fleisch, mürberes Fleisch. Und Garnelen, Krabben, das gehört in eine andere Schiene und ist wesentlich günstiger als ein echter Scampo. Scampo-Betrug? Da ruft Jenny besser mal ihren Vater heran. Was ist los? Legt euch nicht mit Papa an. Ich glaube, er muss morgen Frau und Kind packen und Deggendorf verlassen. Wir sind ja bei uns eine Scampi zum Grillen, in unserer Ofen. Und es ist so, wo die Lieferante hier, wie ich so eine Riesengarnele, ist ein Produkt praktisch, wo ich besser bearbeiten kann in Busquetta. Wo sie zugeben, auf die Karte schreibe Scampi. Scampi klingt immer bis Italienisch. Das ist ja so ein bisschen, ah. Heißt ja, das ist nicht mutwürdig. Das ist einfach, weil ihm der Begriff selber nicht so ganz geläufig ist. Man muss das auch die Feststellung machen, dass das landläufig oft als Scampi bezeichnet wird, obwohl es keiner ist. Seine Kritik lag er sicher nicht falsch. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das Ganze so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Scampi, Scampo ist für ihn ein leichterer Begriff als auch jetzt Riesengarnele. Im Deckendorf im Busquetta Haus die frischen Scampi müssen raus, damit in dieser kleinen Stadt die Ganele keine Chance hat. Ich hätte erwartet gerade in einem italienischen Lokal, dass dann das Richtige ist. Weil das ist ja was, ein Scampi ist ja was Italien. Ist man ja gerne. Skandal, 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 Skandal und Scampi. Bravo, Jungs, ihr seid der Hit bravissimo. Und noch ein Hit. Mutter Michaela in einer richtigen Küche. Wie kommt? Wir haben hier eine zweite Küche, weil es einfach hinten viel zu eng wäre. Man könnte nicht dort das alles noch machen. Was machst du für eine? Ich mache eine Pfefferminz-Panna-Cotta. Okay, die habe ich auf der Karte schon gesehen. Nicht bestellt, aber das schaut interessant aus. Ja, ist sehr interessantes Geschmack. Was hast du da aktuell, wenn ich dir ins Wort fallen darf? Entschuldige. Also da ist Sahne drin, dann habe ich Zucker drin, dann habe ich Vanillezucker drin und eine frische Bio-Münze. Okay. Und das koche ich jetzt auf und dann lasse ich jetzt 20 Minuten ziehen. Dann kommt ein bisschen Gelatine rein und dann wird es abgefüllt. Stefan fehlt's genauer Wissen. Du hast da noch ein paar andere Sachen. Genau, also die Pfirsiche, diese Weinberg-Pfirsiche, nehme ich zur Deko her. Ich habe jetzt da frische Himbeeren herin mit Zucker und ein bisschen Amalfi-Zitrone. Die sind aus Amalfi. Kannst du mal riechen, die sind hervorragend. Die riechen sehr schön, ja. Hast du vielleicht eine fertige, die man probieren kann? Natürlich, die kann ich ja. Ich habe mir nämlich was anderes bestellt. Ich glaube, der Sepp hat sich heute eine Panna Cotta bestellt, aber da habe ich mir ein bisschen was voraus. Ich mache dir gerne eine fertige. Ja, da sieht man die grüne Farbe. Genau, richtig schönes Pastellgrün. Und das ist wirklich, diese Münze von unserem Bio-Bauern, die ist wirklich hervorragend. Und dann kriege ich dir ein bisschen Himbeersauce dazu. Hat Hobbytaucher Stefan hier etwa eine kostbare Dessert-Perle entdeckt? Dann kann ich sagen, Bonnys, auf alle Fälle. Es ist wirklich, wie du gesagt hast, schön. Und sie wackelt auch so, wie der Hintern sein soll von einer Frau. Sehr gut. So sagt man in Italien. So muss es sein. Und nicht einfach steif am Teller sein. Sensationell. Beim italienischen Abend im Bayerischen Wald schickt Gastgeberin Jenny jetzt die Desserts ins Rennen. Weinfan Stefan testet das Tiramisu vom dunklen Weißbier. Walter freut sich auf das Heidelbeer-Tiramisu. Sepp bekommt die Panna Cotta Alamenta mit Himbeersauce. Und Helmut schließt mit Formaggi Misti der gemischten Käseplatte. Wie gelungen findet Weltenbummler Sepp seinen Nachtisch. Ich habe mir das Panna Cotta Alamenta bestellt mit Himbeersauce. Panna Cotta ist übersetzt ins Deutsche gekochte Sahne. Ist sehr stimmig, sehr gelungen, sehr cremig. Minze Geschmack drin, nicht übertrieben, sehr angenehm. Also schmeckt mir sehr gut. Ich durfte ja bei der Zubereitung heute schon mal Mäuschen spielen, ein bisschen über die Schultern geguckt. Mir wurde halt gesagt, die muss wackeln wie ein Frauenpopo. Wie eine Frauenpopo, die Brust jetzt bezeichnet. So sagt man in Italien. Okay. Je nachdem, welche Vorlieben man hat. Shake it, baby. Ich habe mir zum Dessert die Formaggi Misti bestellt. Für Dessert ist es jetzt ein bisschen groß, aber das ist kein Kritikpunkt. Es ist drauf ein Parmigiano, also ein Parmesan. Gute Qualität, eine gewisse Reife. Dann haben wir hier, sieht man an der Haut, einen Pecorino. Pecorino, auch gute Qualität. Es ist Honig dabei, passt gut zum Pecorino oder überhaupt zum Käse. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden damit. Kann Jenny mit ihren Desserts vollpunkten? Eine Frage, mit was aromatisiert ihr den Biskuit für das Heilbeer? Oder man sieht Mama fragen. Limoncello? Limoncello könnte aber auch sein, das kann sein, ja. Den hat man sehr intensiv rausgeschmeckt. Das habe ich ein bisschen Schade gefunden, weil mir die frischen Heidelbeeren dann nicht mehr schmeckt. Okay. Ich habe mir heute als Dessert, das Terramisu mit dunklem Weißbier bestellt. Es ist super schön durchgezogen, aber es ist irgendein Gewürz drin. Mir kam es ein bisschen auch vor, wie in Richtung Apfel. Ich kann es nicht genau definieren, so eine kleine Fruchtigkeit. Und den Pumpenickel, der ja nicht auf der Karte gestanden ist, den finde ich super raffiniert. Aber gleichzeitig fast ein bisschen schade, weil der ist, glaube ich, gemixt mit einem Mixer oder was, dass er so fein wird. Und das komprimiert den, das drückt den so zusammen, dass der ein bisschen ungut zum Beißen ist. Oder dass der einfach ein bisschen kauig wird, sag ich jetzt mal. Also was ich ein bisschen schade fand, ist, dass man das dunkle Bier, das dunkle Weißbier, nicht wirklich rausgeschmeckt hat, also keinen malzigen Geschmack erkennen konnte. Und der Pumpenickel oben drauf das Ganze eigentlich vom Mundgefühl und vom Geschmack eher schlechter gemacht hat. Das war so ein bisschen ein Wermutstropfen beim Dessert bei mir. Kommen wir zum Rest vom Test. So, dann haben wir hier die Rechnung, Jungs. Hoffentlich keine böse Überraschung. Dann sehen wir uns zum Zahlen wieder. Danke, Dieter. Bitte. Quanto costa? Was kostet der Abend in der Bruschetteria namens Weinbeißel? Also als Gesamtbetrag haben wir 214,50 Euro. Wir haben 125 Euro ungefähr Speisenanteil. Ich finde das sehr gut, dass man in einem Gastronomie-Konzept, bei dem es hauptsächlich um Wein geht, einen Verzehrbohnen von 30 Euro pro Gast generieren kann. Und das bei drei Quadratmetern. Das ist so Wahnsinn. Das ist gigantisch. Ja, das ist toll. Für dieses Ambiente passend, als Resümee jetzt gesagt, würde ich sagen, Preis-Leistung absolut in Ordnung. Wie viele Punkte hat das Lokal verdient? Ui, ui, ui. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir heute bekommen. Vielleicht wäre es schön, dass ich von jedem auch bekomme. Jeder Rivale kann maximal zehn Punkte spendieren. Der Jennifer gebe ich für den heutigen, doch sehr schönen, tollen Abend eine Acht. Und du, Sepp? Acht Punkte. Sieben Punkte. Acht Punkte. Danke. Mit 31 Punkten liegt das Weinbeißel wie die Knödelwerferin auf Platz zwei hinter dem Weingut. Und morgen gibt Walter alles in seinem Traditionshaus Feicht. Und ich werde ihn jetzt testen, wie er mit Umbestellung umgehen kann. Ist das möglich? Ich werde ihn gerade ein bisschen verärgert. Mein Gott, Walter. Ich hätte mich gerne mal mit dir über mein Essen unterhalten. Durch die Bank, alle Komponenten waren sehr lasch.